hallo meine sehr verehrten damen und herren und willkommen zu einem weiteren video von minecraft namenlos ja wir brauchen ja so ein item also ein item das sich glaube ich pferdehuf nennt und dazu bin ich mal in das gebiet gegangen wo wir damals so viele pferde gefunden haben und ich hoffe wir treffen dort jetzt auch wieder so viele pferde an aber ich habe da jetzt gerade schon wieder ein löwen gesehen und ich hoffe der kraft uns jetzt nicht an ja okay gut ich bin den ganzen weg halt einfach auf screen gelaufen weil ich mir dachte okay können wir uns nichts kaufen bei dem das ist ja eher langweilig wenn wir da die ganze folge einfach nur so herum marschieren und deswegen habe ich das einfach mal auf screen gemacht ich hoffe ihr seid mir deswegen nicht dazu böse und wir schauen wir hier wieder pferde finden ich hoffe also ein pferdes born sollte er hier sein weil wenn wir einmal schon mit pferde gefunden haben dann sollten die sparen können eigentlich und wir können diese samen da alle mitnehmen weil die können wir dann nachher anbauen und uns dann ab hier haben wir diese löwen nerven mich so hart haben wir zumindest ein pferd aber da stehen zwei löwen dabei das sind überall löwen warum sind hier so viele löwen warum warum tust du mir das an nein aha ich brauche bitte pferde einfach nur pferde die alleine sind bitte nase weg von mir weg weg lass mich in ruhe bitte gut danke nase holen so aber diese wie gesagt diese samen können wir immer mal wieder mitnehmen so schauen wir mal haben wir hier irgendwo noch pferde woher tiger bleibt stehen zusammen danke so haben wir wieder ein bisschen fleisch auf bekommen aber noch berg ziehe glaube ich ja meins auch einfach nur ein paar pferde kann doch nicht zu schwer sein dass da ein pferd ist bohne ohne löwen daneben naja finde ich nicht gut wir brauchen ja diese pferdehufe um slime bälle herzustellen also schlamm bälle ja schlamm bälle pferde ist noch da aber die löwen auch machte man bogen rundherum ich hoffe es ist nicht mit das nicht aufzusammeln weg 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 ich war nicht auf mich fixiert hier liegen schon zwei pferde das ist natürlich geil die löwen haben für uns die arbeit gemacht aber ich bruchte wenn ich jetzt darunter geht dann fixiert mich der löwe auf jeden fall und weg und weg und weg lauf ich habe mich gleich getragen das ist gar nicht so süß die kleinen vögelchen also ich finde die mega niedlich hier haben wir noch mal ein paar fossile ich glaube ich gehe da auch mal schnell kurz runter in die höhle um zu schauen ob er noch ein bisschen eisen finden das brauchen wir auf jeden fall zwei pferdehufe haben wir auf jeden fall schon das ist schon mal nicht allzu schlecht ich glaube ich glaube ich bin doch lieber in unsere mine weil die schon ein bisschen ausgeleuchtet ich habe nämlich auch alles verloren ach komm schon so zack zack ein geier nein ein albert raus cool es gibt echt viele tiere in diesem mod pack ich muss noch mal schnell schauen was so ein schleimball und wir kriegen oh wir kriegen 12 draus ja cool dann haben wir ja auf jeden fall schon genug halleluja also 12 24 schleim bälle ich glaube das sollte sollte gehen und damit machen wir dann wie viel farbe ich glaube bis es eins zu eins ja okay ein schleimball nein zwei farbe okay ein schleimball zwei farbe jawohl also okay wir können es auch mit eiern machen statt schleim bällen natürlich auch nicht schlecht kann ich das grüne auch damit machen ja oder ja kann ich okay da bräuchte ich diese oder kacktein halt naja schauen wir mal was wir das machen vielleicht fangen wir dann einfach mal mit magical crops an oder so weiß ich nicht aber wir machen uns jetzt mal wieder aufrichtung heimat und essen mal schnell ein bisschen was wir haben jetzt wieder so ein geiles pferdefleisch bekommen oh shit das ist nicht gut ok okay geht ist das können wir jetzt wieder laufen oder dieses oder oh scheisse der löger nein lass mich in ruhe bitte ok oh ist der effekt ekelhaft nein lass mich in ruhe naja oh ne oh man oh man oh man im so weit sind wir entfernt und traut sich kann doch gar nicht lesen 8.900 ok auch scheiße noch ein löwe verzeiht die wortwahl manchmal fluch ich halt einfach ein bisschen rum 98 7 6 5 4 3 2 1 gott sei dank weg ist effekt okay aber das pferd kann wir auf jeden fall noch mal mitnehmen vielleicht gibt es der ja auch noch mal ein huf sonst ein bisschen wir jetzt wir könnten auch einfach schauen dass wir eier kriegen von diversen vögeln dann weil die tun es nämlich auch statt den schleim bällen also können auch eier nehmen das ist mir missfallen das würde auch eier nehmen können aber jetzt weiß ich es wieder naja gut aber jetzt haben wir auf fall mal genug für so ein paar schleim bälle dann sagen wir uns noch einmal aber für dieses bit of heat glaube ich heißt das können wir uns die schleim bälle herstellen und dann langsam aber doch die farbe durch schmelzen so ich möchte noch mal schnell zurückgehen und mir die schleim bälle herstellen oder zumindest mal schauen was aus dem ls meld rausgekommen ist es wird schon wieder nacht wissen ich war veräppeln wollte ich natürlich sagen warum kommt das wasser da so runter geflossen aber wir gehen einfach über diesen berg darüber oder versuchen es so zack zack hoch stecken schnell funktioniert ganz gut eigentlich ja wohl in die richtung ist okay wir warten müssen wir noch 200 meter sprinten können wir nicht mehr müssen uns das fleisch gleich mal durchbraten und dann schnell was essen weil sonst sieht das nicht gut aus für uns da über diesen nein nein creeper geh weg geh weg geh weg was scheiß so viel ernsthaft spinne da müsste auch nochmal wahrscheinlich versuche mich anzugreifen ich möchte mal schnell nach hause laufen und zumindest mal das energetik alloy raus holen aus dem ofen aber wir haben schon gut was weitergekommen weitergebracht in der folge waren ein paar pferdehufe ergattet und ein eisenerz ja ein eisenerz ja naja nicht ganz so gut aber das alles gar nicht so aber zumindest die pferdehufe haben wir bekommen so da unten sind wir auch schon wieder und schmelzen also braten uns ganz schnell unser essen durch damit wir nicht verhungern das wäre nämlich echt ähm ärgerlich wäre echt ärgerlich wenn wir jetzt verhungern würden so essen schnell durchbraten zuerst mal das hier und das andere lege ich jetzt in die kiste oben rein so und ja genau 24 energetic alloy haben wir raus bekommen gut wir machen weiter in der nächsten folge lasst ein like da wenn es euch gefallen hat und ein abo da wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und ganz wichtig die glocke aktivieren denn wenn ihr das nicht tut dann bekommt ihr keine benachrichtigungen wenn von mir ein neues video hochgeladen wird und in diesem sinne will ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal machts gut bis dann und ciao bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal